Jetzt hat der sich bewegt. Jawoll, zwei Stück mit einem Schuss. Bitte sag mir, dass du nicht Kartonkenken bist. Ups. Ich habe eine Kaffe eingeschenkt. Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer. Im Polarkanal von Käpt'n von Ferdin. Wie ihr seht, Kreuzberg auf Quartier. Es geht weiter. Viel Spaß. So. Da geht mir das Herz auf. So, erreiche die U-Mahn, um das deutsche Hauptquartier zu infiltrieren. Okay. Wir starten eigentlich vor der guten Position, aber wir sind wieder keine Gegner. Ja, also was geil wäre, du startest, bis du richtig positionierst und auf einmal vor dir so eine halbe Kompanie. So am Trainieren oder so. Erstmal ballern, bis der Arzt kommt und dann mit der Mission starten. Das wäre doch nice. So, aber ich höre... Ah, da hinten. Guck mal, hinten links. Da ist alles voll. Schießt du? Nee, ne? Ich schieße nicht, nein. Aber die schießen wohl auch wieder auf irgendeinen. Oh, einer tot. Versagen auf Deutsche. Äh, naja genau, Deutsche schießen auf die... Ah, Mann. Auf Russen. Oh, da ist auch ein Panzer in Position. Oh. Sehr schön. Oh, irgendwas sieht uns. Irgendwas sieht uns. Da ist alles voll. Machst du das mit dem Panzer? No. Oh. Ich werde angeschossen. Ja, irgendwo ist Scharfschütze. Nee, nee. Das war hier der Typ hier unten auf der Straße. Nein, da oben Scharfschütze. Coming. Hier auf der Kirmes. Ein Schuss, ein Treffer. Jawoll. Habe ich jetzt dann Bär gewonnen? Oh, Scharfschütze. Zwei Stück, ja. Einer ist weg. Und dann raus weiter. Wo war der andere? Nee, es war nur Trick an der Wand. Ah, okay. Nee. I love it. Ich finde es mega mit den Fahrzeugen. Haben sie cool gemacht. Aber leider nicht alle Fahrzeuge. Nee. Oh. Gegner. Wo? Da kommen von links weitere Russen. Oh, scheiße. Ich hab kein... Ich hab da keine freie Sicht. Verdammte Angst. Machst du das grad? Ja. Ich bin in Arbeit. Auch so viel zu zappeln. War er der letzte? Ja, ich glaub auch. So, haben wir hier irgendwo eine Flasche auf dem Kirchturm. Von rechts. Ja. Ganzes Nest. Was? Fuck. 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 Ich bin noch vom Bluten. Ja. Ja. Du bist da reingerannt. Ja. Ich dachte, ich bin ja gut. Weil... Ist von wegen Entdeckung. Aber... Das ist ne Sackgasse. Ähm... Ja. Das ist jetzt doof, ne? Ja. Den wollte ich auch grad. Wollen wir noch einen? Ja. Na ja. Sogar noch zwei. Ich treffe da ewig nicht. Ja, da ist noch einer im Fenster. Ja. Oh, das ist ein M.G. Gegenüber Fenster. Ja. Hab ihn. Auch grad entdeckt. Huh. Der wollte einem doch kurz warm ums Herz, ne? Ja, weil wir auch völlig... wieder offen standen. Mhm. Auch mein Fluchthold weiter Scheiß ausgewählt. Ja. Schön, dass wir voll in diese Sackgasse gerannt. Problem ist, die Sackgasse war halt genau gegenüber des feindlichen Gebäudes, ne? Ja. 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 Irgendwo werden wir gesehen. Ja. Mehrere. Gegner von links, Gegner von rechts. Ah, fuck. Jetzt sind wir wieder richtig... mittendrin standen wir dabei. Ja. Okay, die Deutschen können die ausschalten. Die sind... Leben noch. Aber die liegen da jetzt? Ist da doch einer mit auf? Die sind Russen, aber ich seh sie nicht. Da ist einer. Du machst die Russen, ich mach die Deutschen, ne? Das hat sicher schon so... Okay. Der hampelt mir zu viel rum. Ja, bei mir auch. Deutscher Scharfschütze. Shit. Hab ihn. Deutscher Ampelmann, hab ihn. Du willst keine Bewegung mehr? Sind die zwei mittlerweile tot, die ihr lagen wohl? Ja. Ja, ist ein Tod. Ist ja wirklich blöd, wenn du wirklich zwischen den Fronten stehst, ne? Ja. Ich hab' alles gefeilt. Was hat er sonst noch mit ihr? Ja. Ich kann mal sehen, dass alle drei Leute anfangen sollen. Das andere ist nicht so... Ja. Ich kann, dass alle Leute fahren. Okay, falsches Gebäude Ich überlege gerade, ob wir es mit einem Schuss erledigen können, soll ich es mal probieren? Ich könnte gleich wahrscheinlich, wenn Peter noch einen Schritt nach links macht, dann passt das. Jetzt hat der sich bewegt. Jawoll, zwei Stück mit einem Schuss. Nice. Genau, gepasst. Ja. Den einen durch den Thorax, den zweiten direkt durch den Helm an den Schädel. Wollen wir hier links gucken, oder? Ich glaube nicht, dass da was ist. Oder willst du außen rumlaufen? Hm, ich will mal gucken, was hinten so ist. Vielleicht finden wir noch irgendwie was, was man mal übersehen hat. Okay. Ich habe die Mission zwar alle schon mal gemacht, aber... Ah, siehst du einen Goldbaran hier hinten? Nice. Tadaaa. 33 von 100. Man soll ja wohl irgendwas kriegen, wenn du alle 100 findest, ne? Also irgendwie... Was für ein Abspann oder sowas. Es gibt auch schon so viele Videos, wo du alle Goldbaran finden kannst, außer wenn du viel zu stressig da... Ja. Das ist... Die Servo zu finden ist viel cooler. Also dann... Nehmen wir die U-Bahn.